KI-Tools befähigen dazu, anspruchsvolle Aufgaben zu bewältigen. In diesem Sinne sind sie ein wichtiges Lernmedium und sie schaffen Raum für Innovation und auch fachliche Tiefe. Daher können Sie als Lehrende natürlich insbesondere in höheren Semestern zukünftig deutlich anspruchsvollere Schreibaufträge stellen als bisher, wenn Studierende zuvor lernen konnten, Tools auch in diesem Sinne zu nutzen. Eine gute Orientierung für anspruchsvollere Schreibaufträge bieten gängige Lernzieltaxonomien, wie etwa die überarbeitete Blumensche Taxonomie in der Fassung von Andersson-Krathol. Aufgaben auf unseren Taxonomie-Ebenen, also etwa Wissenspräsentation oder die Erläuterung fachlicher Grundannahmen, können von KI recht gut übernommen werden und sollten daher, wenn überhaupt, zukünftig nur noch wenig Raum einnehmen. Fachliche Evaluation komplexer Sachverhalte oder aber die Entwicklung von Lösungsansätzen für wirklich anspruchsvolle fachliche Problemstellungen hingegen können zwar von KI-Tools unterstützt werden. Insbesondere wenn Studierende ihre Ergebnisse aber auch verteidigen sollen, können die Tools den Studierenden die Arbeit nicht abnehmen. Stattdessen sind sie gefordert, im Umgang mit diesen Tools verschiedene zu kombinieren, die Ergebnisse kritisch zu durchdenken und sorgsam abzuwägen, in ihren roten Faden zu integrieren und so weiter und so fort. Daher verlangen anspruchsvolle Aufgaben Studierende auch bei der Nutzung künstlicher Intelligenz weitgehender Eigenständigkeit ab. Und sie haben auch eine ethische Dimension. Da Sprachmodelle Biases aufweisen, müssen Studierende KI-Ergebnisse auch vor diesem Hintergrund kritisch behandeln, um gute Ergebnisse zu entwickeln. Übrigens, auch bei Präsentationen oder praktischen Prüfungen mit authentischen Problemstellungen dürfen sich Studierenden daher mehr abverlangen und ausdrücklich zur Nutzung von KI-Sprachassistenzen auffordern. Anspruchsvollere Arbeiten können letztlich auch dazu beitragen, dass sie aus den Arbeiten der Studierenden mehr lernen können und natürlich auch ein größeres intellektuelles Vergnügen bei der Begleitung und Beurteilung solcher Arbeiten empfinden.